Hey Kinders, was geht bei euch? Kurze Info zum Anfang. Woll und ich spielen 2&2 Matches auf dieser PvPRO-Seite. Ihr könnt euch da anmelden und dort dann Games, Ligaspiele oder Tournaments spielen, um dann mit den Punkten, die ihr dabei gewinnt, entweder Skins direkt zu kaufen oder eben Cases zu öffnen. Wenn ihr bei der Anmeldung ganz unten bei Referral Code den Namen der Dumbabla eingebt, erhaltet ihr 100 Punkte geschenkt. Das heißt, ihr könnt bereits zweimal diese 50er Kiste öffnen. Das Spiel, das ihr seht haben, Woll und ich gespielt, das ist ein 2&2 auf einer A-Map. Und wundert euch nicht wegen der Voice, das habe ich mit meinem ganz normalen Mikrofon, also Headset-Mikrofon aufgenommen mit diesem G430-Ding. Es war nicht ganz geplant, das aufzunehmen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Die privaten Aufnahmen sind meistens die geilsten. Viel Spaß. So, okay. Jetzt haben wir mit Einsatz gespielt auch, Alter. Wir müssen das Geld auch wieder... Er steht da oben! Er steht da oben, ich bin Pisser! Ist okay, ich hab kurz gedacht... Oh Gott, ist das FPL-Zeichen, ne? Faceit. Was, was ist das für ein Zeichen? Oh Gott. Doch, da ist nicht so gut dran. Nein, 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 okay. Oben noch. Der ist im Glattglitch, diese kleine Mu... Nice. So, komm, jetzt bumsen wir die. Ja, locker. Wir haben auch 20 Bums reingesetzt, da müssen wir jetzt... Ja, lesen, du bist nur Welt entfernt. Laufenspiel, Bitches! Oh mein, hier läuft der Wasser da, ne? Nein, das ist jetzt der Plattform. Nein, das ist jetzt der Plattform. Wer ist da oben rechts, ja? Da wollen wir versuchen, sich zu wallbangen. Nice. Wer ist da oben rechts, ja? Der ist da ein Toter. Ist nicht wie vor. Nice. Der ist weg. Der oben restet. Shit. Ich hab vorhin Sprachfehler. Mensch, das ist halt schon so spät. Stay Frosting. Was? Ich war hinter der Kiste geduckt. Ah, fuck, ja. Bei mir gibt's... Ich muss schon eine Zeitloop ansehen. Beim Meditieren oder beim Nachkriegen. Eben ging mir auch ein Ding rein. Ein Headshot durch die Kiste und... Ich hab komplett dann veraimt auf alles. Aufs ganze Leben. Warte. Alter, bei mir war ich hinter der Kiste schon wieder. Na ja, der ist auch platt von oben rechts. Nein, fuck, ich hab einfach falsch geaimt. Ich hab denen schon was gegeben vorhin. Es hat wieder ein Win sein können eigentlich. Ach. Die Map ist sehr klein. Also unser Bereich... Oh, rechts oben. Okay, okay. Nice. Nice, Mann. Easy. Hey, Braun, die Dollar. Ich will wieder... Das geht nicht so. Das ist das aufmachen. Ja, die gute Reaktion. Rechts weg. War gegen eins. Letztes links. Ich fress es zweimal. Ich geh wieder ans Wasser. Ah, das ist geil, Mann. Das geht so schön schnell und... Aiming is safe. Mitte ist down. Ja, auf der Fall. Schau, okay. Nice. Sie, Alter, ich fühl mich gerade... ...unbesiegbar. Nein, 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 nein. Da magst du... Ah, da... Fuck, einer ist aufwärtsspiel im Mittel. Hab ich einmal zu viel geschossen. Scheiße. Falsch getebt. Komm, ich krieg Damage, ich sehe ihn nicht. Nice, Alter, einfach ausgeschaltet. Geht gleich ein Ultra-Hedgehardt und ich sehe nicht, wo er ist. Nice. Ist trotz lag gerade eben kurz. Hast du den lag auch gemerkt? Oder war das auch okay? Ja, ja, down. Ritch ist gehabt, das ist jetzt collected. Ist down? Down. Links, oh, links ist er immer noch. 26 habe ich ihm gegeben. Immer noch ganz links, soweit ich... ...s sehen kann. Nice. Easy, Mann. 15 hat er gelieft. 8 zu 3. Oh, Mann. Wir müssen das holen. Ich will das Geld nicht... ...das Ding nicht verleben. Wie heißt das denn jetzt? Coins? Einer ist Plattform, Plattform. Ja, ich sag's ja, wir werden die allerbesten sein, bis keiner von uns war. Tee, tee, tee. Ganz allein ficken wir sie alle. Einer ist hochgegangen. Ja, was tun? Na, Mitte? Scheiß, hat mich jetzt mit. Moins! Ich bin einfach nur kaputt gefickt, da weiß ich. Die strebe ich manchmal im Kreis und singen Ballerina-Lieder. Wir haben keine Chance. Mal um. Rechts oben? Also ist noch rechts oben auf dem Plateau. Ja, ja, Plattform. Nur 27, keine. Ah, scheiße. Ja, ja, das... Komm, eine Runde kannst du mal holen. Ja, hast recht, komm. Damit sie nicht aufgeben. Aber jetzt warst du schon wieder. Ja, das lag jetzt. Irgendwann langen wir es auch mit deiner Aufgeberei da. Ultra verkackt, das Plattform. Einer kommt zu uns. Der ist bei uns, Klaus. Doch nicht. Doch nicht. Hä? Bin ich, bin ich... Vielleicht ist er... Doch, oder? Der ist im Graben vielleicht unten drin. Ich geh guck. Nehmen ganz defensiv ab. Falls er Klaus kommt. Der ist Klaus, der ist ja direkt zwischen uns. Da. Auf dem Plateau, auf dem Plateau. Auf dem Plateau wollen sie auf dem Plateau. Alter, warst du ein Pisser? Ich habe meine Waffe mit dem Rund. Ich habe den Rund gemacht, Alter. Das Jeepers Creeper teilt 100. Das war echt eklig. So ganz leise. Ist er da rumgecreept. Ganz links. Das ist ein Rund. Das ist nice. Easy, weg ihr nass, Alter. Auf dem Plateau. Er ist down. Nein. Er hat... Ich habe ihm 27 gegeben. Ich glaube, er ist in der Mitte. Oh, wie er trägt, du heißt, ich bin... Holy Fick. Ich muss hier weg. Oh, hu hu hu. Nein, schade, schade. Der heimt durch diesen Stein-Scheiß-Ding da durch. Ich wollte einfach nicht in seinem Pool sein. Plattform down, noch Mitte einer. Nice. Nice. Drei Runden noch. Locker. Fette Moneten gemacht. Ja, bis jetzt... Also, das ist das zweite Ding, wo wir reincashen mussten. Und das haben wir geholt, ihr beide. Das ist halt auch ultra pro Level, was wir hier haben. Okay, Plattform. Ja, läuft. Er ist einfach unterhalb. Was? Was? 78. Kleiner... Sack. Lacker. Scheiße. Aber ich war kurz überrascht, dass er schon wieder unterhalb der Plattform... Also, nicht auf der Plattform. Aber ja, war... Alles klar, weg. Ah, ein Horvitch-P59 hat er gefressen. Eigentlich schon los. Ah, was scheiße. Er piekt direkt. Ich wollte mich vorsenlegen, aber bei denen ist das halt möglich sowas. Ach, Mitte. 35 gefressen. Shit. Obola. Oh, der kommt close. Nice. Umgefickt. Wie er einfach in dieser Tür verschwunden ist. Da ist er einfach reingelaufen. Ich gehe jetzt. Nice, Mann. Links, Susanne. Nice. Gut, links. Keine Ahnung. Ich verstecke mich, weil da ein anderer ist. Er ist jetzt so schlimm. Ich bin im Mittelding. Ich sneak raus. Oh, mein Gott. 50 HP, ganz links. Kiste. Er kommt auch. Bastard. Aber er war, glaube ich, zum Rücken, zum Rücken zu mir gestanden. Ja, 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 ja. Gerade die Wirbelsäule durchgeschossen. Okay, letzte Runde. Ist er gewinnt? Hat er. Ja, da ist er. Ich sehe. ejecta das ist sicher. ich sehe mich mal bei mir. Ich sehe mich mal bei dir.